Das Wohnmobil Rimor. Kieling 77 Plus ist eine gelungene Kombination aus Funktionalität, Komfort und cleverem Design. Mit Platz für bis zu 5 Personen und einem Basisfahrzeug. Das auf dem bewährten Ford Transit basiert, ist dieses Wohnmobil ideal für Familienurlaube, Wochenendtrips oder sogar Langzeitreisen. Das Rimor Kieling 77 Plus hat eine Gesamtlänge von 6,97 Metern und eine Höhe von 2,87 Metern. Mit einem Leergewicht von etwa 2.000 down after 50 kg bietet das Wohnmobil eine maximale Zuladung von 350 kg, was den gewünschten Fahrzeugschein von 3.500 kg nicht überschreitet. Diese überdurchschnittliche Zuladungsmöglichkeit erlaubt es den Nutzern zahlreiche Extras und Campingutensilien problemlos hinzuzufügen, ohne sich Sorgen über das Erreichen des maximalen Gewichts machen zu müssen. Das Innenraumdesign der Rimor Kieling 77 Plus ist durchdacht und bietet mehrere Schlafbereiche, die für bis zu 5 Personen ausgelegt sind. Das Hubet ist einer der Hauptschlafplätze und kann bei Bedarf einfach heruntergeklappt werden. Darüber hinaus können die veränderbaren Sitzbänke im Wohnbereich in Betten umgewandelt werden, sodass komfortable Schlafplätze für alle Reisenden bereitstehen. Dies ist besonders vorteilhaft für Familien oder Gruppen, die gemeinsam reisen und dennoch Privatsphäre benötigen. Die Längsküche in der Mitte des Wohnmobils ist ein weiteres Highlight des Rimor. Kieling 77 Plus. Ausgestattet mit einem Drei-Flammen-Kocher, einem Spülbecken und ausreichend Stauraum für Küchenutensilien ist die Küche sowohl funktional als auch praktisch. Die Essensaufnahme wird an einer L-Sitzgruppe organisiert, die den Reisenden genügend Platz bietet, um gemeinsam zu speisen und gesellige Abende zu verbringen. Ein Seitensitz kann zusätzlich zu einem weiteren Gurtplatz umgebaut werden, was die Flexibilität des Wohnmobils erhöht. Das Kompaktbad im Rimor, Kieling 77 Plus, ist durch seine platzsparende Bauweise äußerst effizient. Trotz der kompakten Maße bietet es alle notwendigen sanitären Einrichtungen, um den Reisenden ein angenehmes und hygienisches Erlebnis zu ermöglichen. Die Kombination aus Toilette, Waschbecken und Dusche sorgt dafür, dass der Wohnkomfort auch auf Reisen nicht zu kurz kommt. Ein wesentliches Merkmal des Rimor. Kieling 77 Plus ist die großzügige Wasserversorgung. Der 85 Liter große Frischwassertank und der 120 Liter fassende Abwassertank bieten ausreichend Kapazität für ausgedehnte Reisen in der Natur. Diese Vorratskapazitäten machen das Wohnmobil besonders attraktiv für Campingplätze, die eventuell keine Versorgungsmöglichkeiten bieten. Fazit Das Rimor, Kieling 77 Plus ist ein außergewöhnliches Wohnmobil, das durch seinen durchdachten Grundriss, die ausreichende Zuladung und die vielseitige Ausstattung besticht. Es kombiniert den Komfort eines Zuhauses mit der Mobilität eines Fahrzeugs und bietet damit die ideale Lösung für Reisende, die gerne die Freiheit des Campings genießen möchten. Dieses Wohnmobil ist nicht nur für Familien, sondern auch für Gruppen oder Paare bestens geeignet, die die Natur erkunden und unvergessliche Erlebnisse sammeln wollen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie auch andere Videos von uns, um nichts zu verpassen. Abonnieren Sie uns, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ihr Team von Caravan & Cars von Caravan & Cars